Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Schreiben. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Schreibt, schrieb, hat geschrieben. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich schreibe, du schreibst, er schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich schrieb, du schriebst, er schrieb, wir schrieben, ihr schreibt, sie schrieben. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geschrieben. Du hast geschrieben. Er hat geschrieben. Wir haben geschrieben. Ihr habt geschrieben. Sie haben geschrieben. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich schreibe. Du schreibest. Er schreibe. Wir schreiben. Ihr schreibt. Sie schreiben. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich schriebe. Du schriebest. Er schriebe. Wir schrieben. Ihr schriebet. Sie schrieben. Den Schluss macht der Imperativ. Schreibe du. Schreiben wir. Schreibt ihr. Schreiben sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb schreiben. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.werbformen.de, www.werben.de, www.sprachlehre.de und www.satzsepp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.